Was du unbedingt über Gegenstände in Diablo 4 wissen musst, vor allem im Endgame auf WT3 und 4, bleib dafür unbedingt dran. Liebe Leute, mein Name ist FragNath, hier dreht sich alles rund um Gaming, ich würde mich freuen, euch hier dauerhaft zu begrüßen. Und wir gehen auch direkt rein und öffnen gemeinsam diese legendäre Chest. Endlich kann ich sie öffnen, endlich habe ich das Level, ja gut, seit zwei Leveln schon, aber jetzt können wir diese tolle Weltboss-Truhe öffnen. Was könnte drin sein? Legendäre Items, gelbe Items, mal gucken, schauen wir mal, was wird. Oh je, nur ein Ring und ein Albtraumsegel, was ich nicht mal mehr tragen kann. Ich möchte mit euch sprechen, nicht nur über gelbe Items, wie ihr Geld spart, sondern natürlich auch über die sogenannten Breakpoints. Aber fangen wir an mit dem Geld sparen, das habe ich in einem allgemeinen Tipps-Video entweder schon gegeben oder gebe ich noch, wenn es noch kommt. Und hier einer der wichtigsten Hinweise. So könnt ihr nämlich Millionen von Gold sparen. Folgende Reihenfolge ist einzuhalten, wenn ihr neue Gegenstände bekommt. Ihr guckt euch hoffentlich ja auch gelbe Items an und sagen wir, ich fände diese Handschuhe total super. Dann muss ich zunächst zur Verzauberin gehen und den Gegenstand verzaubern. In meinem Fall, ja ich weiß nicht, voll einfach mal gefrorene Kugel runter und nehmen mir die Krit-Chance mit. So, das kostet nämlich deutlich weniger Materialien und Gold, als würde ich einen legendären Gegenstand benutzen. Hier, gut, schlechtes Beispiel, aber hier ist auf jeden Fall noch die Teufelsrose mit dabei. Ja und wie gesagt, je nach Item ist es einfach super cheap. Hier gibt es 37.000, den hier habe ich noch nie rerolled und da kostet es halt direkt 123.000. Und essentiell, wie gesagt, eine Teufelsrose weniger. Kann man sparen, sollte man sparen. Im zweiten Schritt packt ihr dann, wenn ihr mögt, einen Sockel drauf. Geht natürlich hier beim Juve. Dann könnt ihr das Ganze noch upgraden, wenn ihr mögt. Und dann könnt ihr das hier zu einem legendären Item machen, wenn ihr möchtet. Ja, also was heißt, wenn ihr möchtet, das solltet ihr dann schon machen. Und das dann im letzten Schritt. So habt ihr am meisten Gold am Ende noch. Aber eigentlich wollte ich mit euch über was ganz anderes sprechen, nämlich die sogenannten Breakpoints. Und ja, mein Clan ist leider übrigens immer noch voll. Da hat sich nichts dran geändert seit Release. Echt schade, dass die nur 150 als Grenze eingeführt haben. Naja, so ist es halt. Item Breakpoint. Ich sag mal, in der Levelphase ist es nicht so relevant. Aber ihr seht hier, es gibt eine gewisse Powerrange von Gegenständen. Zum Beispiel hier auf Wowhead. Von 1 bis 149, von 150 bis 339, von 340 bis 459, von 460 bis 624. Und fürs Endgame interessant 625 bis 724 und 725+. Was wollen wir? Wir wollen natürlich immer Gegenstände aus der höchsten Kategorie. Ich würde sagen, mit Ende Level 60 könnt ihr dann hier schon die 725er bekommen. Interessant wird es dann, wenn die Gegenstände zum Beispiel Level 600 sind oder 599. Das ist der entscheidende Unterschied. Hier haben wir ein ganz gutes Beispiel für einen Fail-Gegenstand. Ihr erinnert euch an die Breakpoints. Die waren ja auf 725 und 625. Wir haben also Item Qualität 5 auf jeden Fall erreicht. Aber für Item Qualität Stufe 6 muss das Ganze auf 725 sein. Und wir können ja Gegenstände aufwerten beim Schmied 5 mal um jeweils 5, also insgesamt 25. Würde ich das Ganze hier 5 mal aufwerten, käme ich dennoch nicht mit diesem Gegenstand mit der Verwegenheit über 725. Es ist also gerade so ein Reinfall. Naja, so viel Reinfall wie ein Unique Item halt sein kann. Aber wenn du halt wirklich ein 699er oder ein 697er hast und es gerade so verfehlst, ist dieses Item halt deutlich schlechter, als eins mit 3 Gegenstands macht mehr, was du 5 mal aufwertest. Und hier habe ich tatsächlich das perfekte Beispiel. Wir werten jetzt diese Brust gemeinsam auf und schauen uns an, was passiert, damit ihr es auch mal visualisiert habt. Denn was jetzt passieren wird, ist, dass die Steps am letzten Aufwerten auf einmal höher werden. Ja, schaut euch einfach mal an, was passiert. 14 mehr Leben, 0,3 mehr Schadensreduktion, 2 Intelligenz mehr, 2 Stärke mehr und 9 Rüstung. Einmal aufgewertet, sehr ähnliche Steps, 9 Rüstung, 3 Stärke, 2 in. 8 Rüstung, 2 Stärke, 2 in. 16 Leben und ja, hoppala, hier habe ich glaube ich ein bisschen verpeilt, dass wir das Ganze nur 4 mal aufwerten können und nicht 5 mal. Also muss es hier tatsächlich ein 605er sein. Ich schaue mal nach einem anderen Beispiel. Ich muss sagen, ich bin halt schon so in dieser 700er Meter drin. Es ist echt selten, dass ich etwas unter 725 finde, beziehungsweise etwas, was genau in diesem Breakpoint ist. So und jetzt klappt es aber auch wirklich. Wir haben hier einen Ring mit genug Gegenstandsmacht. 706, wir werten einmal auf, dann ist er ja 711. 2,1% Widerstände gibt es dazu und ein Mana. Selbiges nach dem nächsten Aufwerten, dann haben wir ein 716er Item. Jetzt wird es langsam interessant. Wir kriegen nochmal 2% und ein Mana. Und jetzt eskaliert es richtig. Eine Sache finde ich hier super spannend, dass dieses Item tatsächlich Mana verliert. Durch das Pushen über den Breakpoint von 725. Aber von allen anderen Stats da nochmal ordentlich was dazu bekommt. Das ist ja mal absurd. Das ist ja mal so richtig absurd. Aber jetzt haben wir einmal den Breakpoint überschritten. Und ihr seht, da die Aufwertung gibt nochmal deutlich mehr Stats. Es gibt noch einiges an Mechaniken, die teilweise scheinbar unlogisch sind. Gewisse Gegenstände aus gewissen Kategorien funktionieren scheinbar anders und können auch nur teils bestimmte Anzahl aufgewertet werden. Und das skaliert dann auch mit dem Level der Items. Aber das hat mich gerade total geflasht, dass ich einfach mal durch Aufwerten Mana verliere. Wie krass ist das denn? Weil im Zweifelsfall klicke ich das hier einfach durch und werte auf. Und achte dann nicht auf irgendwelche Kleinigkeiten und Details. Ja, weil normalerweise geht man davon aus, es wird alles besser. Halte ich ehrlich gesagt für einen Bug oder für eine absolut weirde Mechanik, die irgendeinen komischen Grund hat, damit die Mana-Werte nicht zu krass hochskaliert. Es ist übrigens sehr zu empfehlen beim Schmied, beziehungsweise beim Händler, nicht beim Schmied, ist eigentlich egal, eure Sachen zu verkaufen. Denn irgendwann muss man einfach sagen, ja, der Engpass ist nicht der trübe Kristall. Klar, legendäre Items machst du dann kaputt für die Fragmente und Co. Aber Kohle ist irgendwann der Engpass. Auch da habe ich jetzt so ein bisschen reingegrindet, lange nichts mehr umgeschmiedet. Und da legt sich dann so langsam das Ganze, der Mangel legt sich. Aber anfangs wirklich das auch nochmal sehr zu empfehlen. Was habt ihr heute hoffentlich mitgenommen? Erst gelbe Items verzaubern, also die Stats austauschen, dann zu legendären machen und aufwerten. Item Breakpoints im Kopf behalten. 625 und 725 sind die relevanten Breakpoints, damit ihr in die Items dann natürlich aufs Maximum pusht. Oder euch ein Mana klaut, aber dafür alle anderen Stats nochmal deutlich überproportional pusht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit diesem kleinen Stadtguide von Diablo 4. Und wir sehen uns dann gerne im nächsten Video zu Diablo. Hätte ich mega Bock drauf. Falls es noch nicht getan, schaut gerne bei meinem Sponsor und Partner Eneba.com vorbei. Ist in jeder Videobeschreibung von mir verlinkt. Da gibt es unter anderem 75 Euro PSN-Guthaben für 64 Euro. Falls ihr auf der Playstation unterwegs seid für PC und Xbox, gibt es auch Sokeys. Zum Beispiel natürlich Diablo, aber auch andere Games. Da gibt es auch manchmal Schnäppchen-Games. Ja, von einem Euro bis zu 45, 50 Euro Games ist da eigentlich alles dabei. Kann man auch mal irgendwas Altes reindaddeln. Würde mich auf jeden Fall mega freuen und supporten. Einfach mal unten auf den Eneba-Link geklickt. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und ich wünsche euch noch den besten Tag aller Zeiten. Bis dann, euer Kahn. Lasst euch nicht von der Hitze erschlagen. Ciao, euer Vau. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie gekniet. Wir tönen auf Plätze erst und jagen. Das hier rief. Will den Jagen ist kalt, wie der Winter ins Gelieb. Er will ja den Fähre, doch er hat sie nicht verdient. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie gekniet. Wir tönen auf Plätze erst und jagen. Das hier rief.